Seht die Vögel des Himmels an, Vers 26, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheuen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und an der Stelle muss ich mal ein Kommentar zum Thema Tierschutzlos werden. Die Bibel lehrt ja eindeutig, dass wir als Menschen mehr wert sind als Tiere. Andersrum, Tiere sind weniger wert als Menschen. Sie sind weniger wert. Überraschung. Es sollte eigentlich keine Überraschung sein. Ich meine, Tiere haben keine Seele. Wenn ein Tier stirbt, ist es genauso, wie wenn eine Pflanze stirbt. Sie verrotten einfach und fertig. Das ist Fakt. Und da kannst du noch so sehr ein Herz für Tiere haben, dass ein Fakt, den du akzeptieren solltest, das ist, was die Bibel lehrt. Und die Bibel lehrt eindeutig, seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ja, wir als Menschen sind so viel mehr wert als Tiere. Es ist völlig egal, wie viele Tiere sterben, wenn auch nur ein einziger Mensch dadurch gerettet wird, dann ist es das wert. Dann ist es das immer und immer und immer wieder wert. Und wir sollten als Christen nicht reinfallen auf diesen ganzen Tierschutzquatsch. Irgendwie von wegen, wir müssten jetzt am besten auch noch Veganer werden, was weiß ich nicht alles und Petter beitreten. Das ist alles Quatsch, okay? Erste Korinther, Kapitel 9, Vers 8. Lass uns schauen, ob Gott sich wirklich so sehr um Tiere kümmert, wie manche Leute das gerne wahrhaben würden. Wie manche Leute das gerne reinlesen würden in die Bibel. In 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 8, da heißt es, sage ich es nur aus menschlicher Sicht oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Da könnte man jetzt denken, besonders wenn man den Vers im Alten Testament liest und einfach was reinlesen möchte und nicht auf den Kommentar des Neuen Testaments achtet, könnte man denken, ja siehst du, Gott kümmert sich um die Ochsen. Gott liebt die Ochsen. Gott will, dass es den Ochsen auch gut geht, dass sie auch was zu essen haben, während sie dreschen. Aber liest den Vers weiter. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Und das ist eine rhetorische Frage, okay? Vers 10, oder sagt er das nicht vielmehr um unsert Willen? Denn es ist ja um unsert Willen geschrieben worden. Der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen und der, welcher trischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Also wozu hat Gott dieses Gesetz gegeben? Wie so viele andere Gesetze im Alten Testament. Um uns etwas zu verdeutlichen. Um uns etwas, was eigentlich uns dient, zu verdeutlichen. Es geht dabei nicht wirklich um die Ochsen. Ich meine, die Bibel sagt da eindeutig, 1. Korinther 9, Vers 9, Nein, kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Das ist eine rhetorische Frage. Das heißt, die Antwort steht im Voraus schon fest. Gott kümmert sich nicht um die Ochsen. Es geht Gott nicht wirklich um die Ochsen. Sondern es ist um unsert Willen geschrieben worden. Siehst du, wenn es dein Hobby ist, sich irgendwie um Tiere zu kümmern, weißt du was, ich finde das in Ordnung. Ich meine, ich verstehe das nicht, aber das ist völlig in Ordnung, denn ich bin nicht du. Du kannst natürlich gerne deine Hobbys haben. Spielt keine Rolle. Aber worauf du dabei achten solltest ist, wozu setzt du dich für Tierwohl ein? Geht es dir beim Tierwohl einfach um die Tiere an und für sich? Oder kannst du nicht etwas wirklich Sinnvolles daraus machen? Beispielsweise, du kümmerst dich um Hunde. Das kann sehr sinnvoll sein. Ich meine, Hunde kann man einsetzen als Blindenhunde. Hunde kann man einsetzen als Wachhunde. Viele Tiere, allgemein sind natürlich Tiere dazu geschaffen, dass sie uns als Menschen dienen. Das ist die Bibel eindeutig. Ja, dazu existieren Tiere. Sie sind lecker, wir haben was zu essen, sie sind gesund. Man kann sie nutzen als Nutztiere, in vielerlei Hinsicht. Als Blindenhunde, als was weiß ich nicht alles. Tiere sind sinnvoll. Tiere erfüllen einen wichtigen Zweck. Also ich sage nicht, dass es an und für sich falsch ist, sich für Tierwohl einzusetzen. Aber aus welcher Motivation heraus? Es ist nicht an und für sich falsch, sich für Umweltschutz in einem gewissen Grad einzusetzen, wie saubere Luft oder weniger Verschmutzung durch Müll. Aber was ist dabei deine Motivation? Wenn deine Motivationen nicht Menschen sind, nun offen gesagt hast du dann die falsche Motivation. Und verstehe mich nicht falsch, ich will dich nicht davon abhalten, dass du deinen Familienhund liebst, dass du dein Haustier liebst. Das ist alles in Ordnung. Aber wovon ich dich fernhalten möchte, wovor ich dich warnen möchte, ist dieser übermäßige Umweltschutz heutzutage, dieser übermäßige Tierschutz, bei dem es einfach nur noch um die Tiere geht, einfach nur um die Umwelt, als sei die Umwelt eine Person, als seien Tiere, Personen sind sie nicht.